Männer halt. Das ist wie bei der Frauen. Frauen halt. Genau. Wir nehmen uns kurz ein, gell? Ja, das hilft oder soll ich? Was? Nix, schön gut. Was hast du gesagt? Ich hab dich lieb. Oh, was würdest du denn jetzt hast? Nix? Doch. Ich dich auch, was krieg ich dafür? Das ist schon einige Betriebsstunden auf dem Guckel. Das heißt, das Gummer gewohnt, ja. Doch, ob der immer noch Gummer hat, weiß ich nicht. Aber du siehst, er geht auch nicht jedes Mal in die Waschanlage. Wie, was ist das? Oh ja, aber ja. Ich hab dich n solche Menschen, die ich dir bin. Was ist das? Ich hab dich nennen. Ich hab dich nennen, doch noch einmal aus dem Guckel, Aber jetzt ist das alles, ne? Ich hab dich nennen. Ich hab dich nennen. Wenn du wohl so happens, Einfach hier! Wir brauchen einen neuen Abbau. Die normalen, die hätten wir ja angenommen, aber die vorigen Fetterei, das ist ja der Reiz, aber das ist nicht schon so. Das ist ja die Schrauben, ja. Das ist ja die Schrauben, ja. Das steht jeder vor, den Kontrast. Weil die ganz normalen Abbau, ab oder weg oder weg, geht so oft, hier will ich nicht mehr. Ja, das ist ein Schusszeug, das ist ein Schusszeug. Und wenn man die Maschinen hat, das macht nicht so gut. Wenn man die Möglichkeit ist, er hat die Dremel, in der Dremel, auch in der Dremel, in der Dremel, auch in der Dremel, Vielen Dank. Vielen Dank.